Mama, mir ist langweilig. Papa, ich finde nichts zum Spielen. Das sind häufig Erzählungen von Eltern, dass die Kinder so reagieren. Und die Reaktionen der Eltern zu mir als Beraterin sind dann, Frau Heiser, was sollen wir denn mit unseren Kindern spielen? Uns fehlen die Ideen. Ich habe gar keine Idee für ein neues Familienspiel, für ein neues Gesellschaftsspiel, für ein neues Tischspiel. Gibt es denn da extra was für hochbegabte Kinder? Und genau um dieses Thema dreht sich dieses heutige Live-Video. Ganz prinzipiell ist Spielen immens wichtig für Kinder. Sie lernen mit ihrer Frustration umzugehen. Sie fördern logisches und strategisches Denken. Und vor allem hat die Familie einfach auch Spaß miteinander. Schwierig wird es dann natürlich, wenn Ihnen als Eltern die Ideen dazu ausgehen. Aber dafür gibt es heute dieses Video. Ja, also bei hochbegabten, bei unterforderten Kindergarten- und Grundschulkindern achten Sie darauf, dass die Spiele, die Sie auswählen, über dem eigentlichen Alter Ihrer Kinder liegen. Also als Beispiel, Ihr Kind ist fünf Jahre alt, dann suchen Sie ein Spiel aus oder eine Beschäftigung, auf der steht für Kinder ab sechs oder ab sieben oder ab acht Jahren. Also orientieren Sie sich nicht an diesen Altersangaben. Die sind eben für durchschnittlich begabte Kinder gedacht. Und jetzt nehmen wir einfach mal ein ganz bekanntes Kindergartenspiel. Das habe ich schon vor 25 Jahren auch schon im Kindergarten mit den Kindern gespielt. Tempo, kleine Schnecke. Ich habe vorhin nachgeschaut, es wird empfohlen für Kinder ab drei Jahren. Da geht es darum, Farben zu lernen. Ja, rosa von rot zu unterscheiden. Und jetzt haben Sie ein vermutlich hochbegabtes, ein ziemlich cleveres Kind mit drei Jahren, das schon mit zwei Jahren hellblau von dunkelblau von türkis unterscheiden konnte. Für dieses Kind ist dieses Spiel natürlich nicht geeignet. Weil es hat ja ein anderes Ziel. Es geht darum, Farben zu lernen. Und wenn das Kind die Farben schon kennt, dann ist Tempo, kleine Schnecke, für Ihr Kind vielleicht nicht das Richtige. Sondern es braucht eher ein Spiel, was normalerweise für fünf- oder für sechsjährige Kinder gedacht ist. Auch bei der Auswahl der geeigneten Familienspiele bin ich ein großer Freund davon, dass die Spiele die Kinder über längere Zeit auch begleiten. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, welche Spiele mit mir vor 40, vor 35 Jahren gespielt wurden. Und wenn ich die heute noch irgendwo im Regal meiner Eltern sehe oder in anderen Spiele schränken kann, dann hat das etwas sehr Heimeliges und etwas sehr Wohltuendes auch für mich. Also Spiele sollen Familien auch über längere Zeit begleiten. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie bei der Auswahl natürlich darauf achten, dass Sie keine sogenannten Junior- oder Kinderversionen kaufen. Also nur als Beispiel, damit Sie das verstehen können. Vom regulären Elferhaus-Kartenspiel gibt es eine Juniorversion. Wir haben die auch zu Hause. Wir spielen nach wie vor auch noch Elferhaus miteinander. Aber um zu verdeutlichen, ja, diese Junior- oder Kinderversion verwirrt die Kinder zusätzlich. Neben der Zahl 11 ist auf diesem Spiel bei der 11 auch immer noch ein Delfin abgebildet. Ein Delfin, nicht elf Delfine. Bei der 12 ist es der Bär. Nicht zwölf Bären, sondern ein Bär. Ich verstehe den Sinn hinter dieser Kinder- oder Juniorversion gar nicht. Ja, und manchmal sind diese Junior- oder Kinderversionen zu einfach gestrickt. Das heißt, der Anreiz, dieses Spiel öfters zu spielen, ja, der fällt einfach hinten runter. Das heißt, Sie sind schon wieder auf der Suche nach einem neuen Spiel. Kaufen Sie lieber die reguläre Version und brechen Sie den Schwierigkeitsgrad herunter für Ihre Kinder. Also machen Sie die Spielregeln etwas einfacher. Und auch das möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir das Spiel Sagerland. War in den 80er Jahren, ich glaube in den 80er Jahren, Spiel des Jahres. Kenne ich als Kind. Meine Kinder kennen das als jüngere Kinder. Ist regulär angegeben für Kinder ab, und ich habe es mir auch notiert, ab sechs bis sieben Jahren. Ich kann mich aber erinnern, zu meiner aktiven Kindergartenzeit haben wir das auch schon mit Vierjährigen gespielt. Und wenn, ja, also die Kurzfassung dieses Spieles ist, es gibt ein Spielbrett mit Tannenbäumchen. Wenn man diesen Tannenbaum umdreht, ist ein Märchensymbol abgebildet, wie zum Beispiel die goldene Gans. Und es gibt ein Schloss, und da liegen Karten. Und alle Kinder müssen jetzt zum Beispiel, oder alle Mitspieler, müssen die goldene Gans finden. Und wenn man die goldene Gans gefunden hat, also das Bäumchen mit der goldenen Gans, dann muss man das Bäumchen wieder hinstellen und muss erst zum Schloss fahren. Und dann darf man sagen, hier stand die goldene Gans. Wenn Sie das mit einem vier- oder fünfjährigen Kind spielen, was seine Gesichtsmuskeln noch nicht unter Kontrolle hat, dann wird sich dieses Kind erst, ja, das wird den Baum umdrehen, wird die goldene Gans erkennen, wird sich freuen, wird dann wieder ganz schuldbewusst den Baum hinstellen und dann versuchen, zum Schloss zu fahren. Ich gehe davon aus, Sie spielen richtig mit Ihren Kindern, das heißt, das Kind kann auch mal verlieren. Und Sie wissen genau, da steht die goldene Gans. Ja, dann ist das einfacher, in diesem Alter, bis die Kinder lernen, zu blöffen, ihre Gesichtsmuskeln unter Kontrolle zu halten, dass sie einfach sagen, okay, wer den Baum mit der goldenen Gans findet, der bekommt die goldene Gans, und muss nicht erst zum Schloss fahren. Das Spiel anpassen können Sie später und dann eben, ja, richtig zocken. Und wer zuerst beim Schloss ist, der bekommt eben das Bäumchen mit der goldenen Gans. So gibt es verschiedene Varianten, dass Sie die Spielregeln für die Kinder einfach etwas nach unten auch anpassen können. Mein Beispiel von Sagerland. Ja, also vereinfachen, sodass die Kinder einfach auch die Chance haben, richtig, ja, auch zu gewinnen. Ganz prinzipiell rate ich Eltern immer, gehen Sie in die nächstgelegene Bibliothek, leihen Sie sich Spiele aus, probieren Sie diese zu Hause aus, gefällt es Ihnen, gefällt es Ihrem Kind, und dann wäre das vielleicht etwas, was zum Beispiel auf den Wunschzettel für Nikolaus oder auch für Weihnachten wandern kann. Erstmal ausprobieren, weil ich kenne viele Familien, die haben Schränke voll Spiele, die nicht gespielt werden. Ja, und Sie müssen auch nicht alles neu kaufen. Machen Sie sich mal auf die Suche bei Ihnen im Spieleschrank oder bei den Großeltern im Spieleschrank und suchen Sie nach einer ganz klassischen Spiele-Sammlung. Ja, wir sind alle mit Spiele-Sammlungen groß geworden, alle, die so ab Mitte 30, aufwärts oder älter sind, wir sind mit der Spiele-Sammlung groß geworden mit Halmer, Dame, Mühle, Malefiz, Mensch ärgere dich nicht, Schach, manchmal ist sogar auch Begemmen mit drin, das sind alles Strategie-Spiele, logische Spiele, und das heißt, Sie können schon wieder ein neues Spiel mit Ihren Kindern ausprobieren, ohne ein neues zu kaufen, ohne einen neuen Spiele-Schrank kaufen zu müssen, damit dieses Spiel eben auch entsprechend Platz findet. Eine andere Alternative, ganz kostengünstig, nehmen Sie ein ganz normales Skatblatt. Die meisten von uns sind noch mit dem ganz klassischen Mau-Mau groß geworden. Kreuz, Bier, Herz, Karo, bei sieben muss der nächste zwei aufnehmen, bei acht muss der nächste aussetzen, bei Bube darf ich mir was wünschen. Kommen Ihnen die Regeln bekannt vor? Das ist wie bei Uno. Ja, aber die Kinder von heute kennen in der Regel nur noch Uno, aber nicht mehr Mau-Mau. Und Kreuz, Pik, Herz, Karo als klassische Spielkartenfarben. Ja, nehmen Sie doch einfach ein Skatblatt heute Mittag und üben Sie mit Ihren Kindern Mau-Mau. Und schon ist wieder eine Erschwernis drin und Sie müssen kein neues Spiel kaufen. Das waren meine Inspirationen für heute. Ganz kurz und knackig. Wenn Sie auf der Suche sind nach weiteren Spielideen, Tischspiele, Gesellschaftsspiele, Regelspiele, dann lade ich Sie ein auf meine Homepage danielaheiser.de slash Empfehlungen. Da habe ich einige Spiele aufgenommen. Gerne dürfen Sie natürlich auch Ihr Lieblingsspiel unterhalb dieses Videos kommentieren. Dann können die anderen Familien auch davon profitieren. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern, beim Ausprobieren. Und vielleicht wandert ja die ein oder andere Spielidee auch auf den Wunschzettel Ihrer Kinder. Nächste Woche bin ich wieder live hier. Und da werde ich ganz praktisch meinen Raum hier verlassen und Ihnen ein paar Spiele vorstellen. Ganz einfach, weil hier kann ich keine Spiele vorstellen, weil ich die Kamera nicht nach unten nehmen kann. Aber im nächsten Video erhalten Sie ein paar Spielevorschläge für Sie, für Ihr Kind, für Ihre Familie. Ich wünsche Ihnen einen tollen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.